Der Adrenalin-GTS von Brooks ist bei seiner Fangemeinde beliebt und punktet mit seinen Stärken. Er kombiniert Stabilität mit Dynamik und Komfort. Über die Jahre hat er sich bewährt und Brooks schafft es immer wieder, ihn mit sinnvollen Updates auf den aktuellen Stand zu bringen. Auch in seiner 15. Version bietet er Neuerungen, die ihn weiter voranbringen. Im Obermaterial verpasst Brooks ihm ein Mesh, das einen guten Feuchtigkeitsaustausch gewährleistet. Die BioMogo DNA Zwischensohle passt sich den Belastungen beim Laufen an und bietet dir so auf jedem Untergrund und bei jedem Tempo einen individuellen Laufkomfort. Bekannt ist der Adrenalin für seine Stabilität. Die innenseitige Unterstützung verhindert ein zu starkes Einknicken deiner Füße nach innen. Das Crashpad zieht sich jetzt über die komplette Sohle und ist für eine sanfte und gleichmäßige Abrollbewegung zuständig. Langlebigkeit und Flexibilität verleiht dem Schuh auch seinen Außensohlenaufbau. Die Technologien des Schuhs greifen super ineinander und bieten so ein Rundum-Sorglos-Paket. Also hol auch du dir den Brooks Adrenalin GTS 15 in deiner Runners Point Filiale oder direkt hier bei uns im Onlineshop unter www.runnerspoint.com.